Yo Leute herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars auf dem Hypixel Server. Wir spielen wieder mit Serenity und schon wieder einen Boss-Filmer. Ich hasse diese Boss-Filmer, die sind so nördlich. Ähm, ich glaube ich habe hier noch ein Schwert bekommen. Nein. 3 Assets-Filmer, 5. Vielleicht auch 5. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Zu dem Typ hier. Och nein, Boss-Film. Also dann gibt es viele Boss-Filmer. Oh, hi. Okay. Okay, das wird etwas knapp. Und ich feiere auch noch ins Loch. Okay. Dann gib mir mal dein Schwert. Ich sollte ein bisschen aufpassen mit meinem Leben. War hier schon jemand? Nein. Oh, auch noch Eisenschuss. Hm. Hier mal wieder ein bisschen regenerieren. Und dann können wir auch in die Mitte gehen. Für diesen netten Typen hier. Als ob der mich jetzt angezimmert hat. Das war etwas knapp. Ich habe auch keine Goldapfel. Nein. Oh, der Typ ist runtergefallen. Habe ich irgendeinen Bisseren Helm? Nein. So, dann gehen wir mal zu dem hier. Okay. Das war schon mal die erste Runde. Wir sehen uns dann gleich bei der zweiten Runde. Bis gleich. Jo, da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Ähm. Wir spielen jetzt mal den anderen Modus. Keine Ahnung wie der heißt. Insane Modus oder so. Hier gibt es halt krassere Sachen direkt. wie ein Diaschwert und so. Wie ein Diaschwert und so. Irgendwie habe ich gerade extrem wenige Frames. Ich weiß auch nicht woran das jetzt nicht mehr gibt. Aber es hat auf jeden Fall schon mal volle volle Eisenrüstung. Oh, den sollt ihr bekommen. Ja. Ich hatte hier für ein Schwert. F1 dafür. Dann gehen wir vielleicht mal zum nächsten. Und der Check ist auch nicht. F1 dafür. Ich habe sogar noch überlegt, ey. Boah, ja. Werde ich das dann? Ja. Den bin ich mir gerne. Da ist voll schade. Okay. Äh, was haben wir hier noch? Feuer, was ist denn? F1. Dann gehen wir gleich mal weiter. Der Speedstrang macht uns an ein bisschen schneller. Das ist auf jeden Fall nice. So, dann gehen wir mal zu dem hier drüber. Ach, mal ist das dann zu viel mehr. Okay, dann zu viel mehr. Ähm. Dann gehen wir jetzt mal zu dem hier drüber. So. So. Hallo. So, da bin ich einmal getroffen. Oh, da ist ein Großbärmer. Ähm. Mal gucken, was ich hier noch getrunken habe. Regeneration. Okay, dann gehen wir mal zu dem Typ rüber. Okay, dann gehen wir mal zu dem Typ rüber. Ich hoffe mal, dass er uns nicht trifft. Wo ist der Typ? Der Typ ist runtergesprungen. Okay. Ja, dann bis zur nächsten Runde. Und ähm. Ciao. So. Untertitelung des ZDF, 2020